hi liebe leute willkommen zu einem weiteren update von emergency 4 und die letzte mission da ging dass die automatenbrücke eingestürzt ist ja aber bewältigt diese mission und jetzt schauen wir uns mal an was die nächste mission ist und über trümmern oder in fahrzeugwerks eingeklemmt zu dem sind brände ausgebrochen bergen und versorgen sie alle opfer und transportieren sie ab löschen sie alle brände verhindern sie unter allen umständen dass sich die brände auf noch intakte gebäude ausweiten die terroristen befinden sich noch im einsatzgebiet spüren sie die terroristen alles klar weiter dann schauen wir uns mal die umgebung hier an hier brennt noch hier brennt alles ist einiges kaputt gegangen das gebäude hier steht noch sind viele verletzte auch hier sind oben noch zwei okay dann rufen wir erstmal ja ich würde mal sagen drei feuerwehrwagen einen rüstungswagen er kann dann hier die brände löschen was brauchen wir noch den drehleiter fahrzeug der kann man direkt hier vorne vorfahren so dann brauchen wir noch einen polizei wagen würde ich mal sagen holen wir mal den hier der müsste reichen mit den schützen und drei weiteren polizisten können hier vorne vorfahren so die leute starten wir hier erstmal mit dem schlauch aus der kann hier weiter was ausfahren vielleicht der kann auch den lassen wir mal einen schlauch nehmen der hat jetzt auch hier einen schlauch das heißt den können wir hier anschauen den klipsen den klipsen wir hier mal an so und die drei die schicken wir jetzt als erstes einmal hier vorne so dann lassen wir die auch aussteigen die können auch erstmal einen schlauch den einen der kann sich einen feuerwehrschlauch holen die können auch aussteigen die bekommen jetzt aber alle ein feuerwehrschlauch so wir können hier jetzt erstmal die verletzten holen so hier ist schon gelöscht ok das ging ja schnell hallo wie wäre es mit löschen ok da sehe ich schon dass die terroristen schon kommen jetzt muss ich schnell machen sonst entwischen die uns und wenn wir noch eine kette vorsichtshalber ja kann so bleiben ich hoffe die hauen jetzt hier nirgendwo also anders ab ja 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 das ja gar ja Dann haben wir sie wenigstens schonmal Haben wir das Feuer? Oh shit Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht Oh hier ist ja auch noch ein Verletzer Was ist das? 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 Als sie so abgesehen Das ist ein Verletzer Alles Eigentlich hätten die es ja gar nicht verdient, veranützt zu werden, aber okay. Jetzt müssen wir die anderen hier holen. Jetzt müssen wir die anderen hier holen. Jetzt müssen wir die anderen hier holen. Dann brauchen wir auf jeden Fall den Kran, weil hier noch eine Person liegt. Okay. 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 So, der kann jetzt hier schon mal abtransportiert werden. Der nächste auch. Schauen wir mal hier weiter. Der Kran kann jetzt weg. Oh, da ist noch einer. Tja, wo wollen wir den jetzt hier abladen? Das sieht aus. Sie haben alle Brände gelöscht. Das war ein altes Stück. Arbeit. Aber sie haben es geschafft. Gute Nacht. Okay. 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 nuovo hier. ... Boah, hier ist ja noch einer, ah, hier ist zum Glück noch ein Arzt frei. Und ab, der kann schon mal einsteigen, so dann holen wir noch einen Abschleppdienst. Oh, hier sind noch Polizisten, manchmal die beiden fahren, damit die da auch noch einsteigen können. So, ich glaube jetzt sind hier keine Verletzten mehr, so ich hoffe erstmal. So, abmachen, abmachen. So, ich kann das auch abmachen, wenn die schon mal hier hinlaufen. Einen Krankenwagen brauche ich dich noch. So, abmachen. Noch einen, boah, jetzt sind das hier aber viele Verletzte, aber okay, die Leute müssen gerettet werden. Okay. So. Okay. Okay. So. 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 Ich glaube mal, hier ist jetzt keiner mehr verletzt. So. 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 Das nennt mich so Sooo... Zeig Da da So jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen klarkommen Die zwei können hier einsteigen Hier haben wir schon mal drei, das heißt den können wir schon mal weg schicken Ab nach haus mit dem Also in den Krankenhaus Sorry Leute Sooo... Sooo... Ich glaube hier Einen Einen Toten Er hat leider nicht überlebt Okay Sooo... Ich bin weg Ich bin weg Ich bin weg Ich bin weg Mal weiter schauen Warum kann ich den hier nicht ab... Ah ok... Ich bin weg Ab... 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 Aber was würde man tun? So, aber dafür haben wir glaube ich mal die Mission hier sonst ganz okay beendet. Und ja, ich hoffe jetzt haben wir hier auch alles geschafft. Keine Feuerwehrleute mehr übrig. Aber irgendwie beendet die Mission das nicht. Ist die Mission nicht beendet? Alle Opfer abtransportieren. Wo sind denn hier noch Opfer? Verstehe ich grad nicht. Ist doch gar kein Opfer mehr. Oder? Ehe. Ehe. Leute, also ich gehe mal davon aus, dass das Spiel jetzt hängt, wir haben diese Mission jetzt mal geschafft und ja, ich hoffe, es war spannend und hoffe, ihr seid bei der nächsten Mission auch wieder mit dabei und ich sage mal, bis zum nächsten Mal, tschaui.